Ach so, du hast geschrieben, weil du dich beschwerst, dass es gelöscht wurde. Der Kampf gegen Cis, der Kampf gegen Mann und Frau, der Kampf gegen die Familie. Siehst du, das ist vollkommen lost, was du redest. Du hast keine Ahnung, wovon du sprichst. Du hast keine Ahnung, wovon du redest. Keine Ahnung. Du solltest weniger irgendwie rechte Blabla-Kanäle schauen. Was sind das für Einstellungen, Bruder? Wenn du mir jetzt gesagt hättest, dass die Kapitalisten sich der LGBTQ-Community annehmen, um ihre Interessen, also um Pinkwashing zu betreiben, oder Rainbowwashing nennt sich das, Entschuldigung, um Rainbowwashing zu betreiben, dann hätte ich gesagt, ja, das tun sie. Also kapitalistische Konzerne definitiv nehmen sich der LGBTQ-Bewegung an, um selber besser dazustehen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist, ja, da gebe ich dir recht, dass sozusagen LGBTQ instrumentalisiert wird von irgendwelchen Konzernen, die sich, wir wissen es im Pride Month, irgendwelche Flaggen einfach in die Logos tut, um dann, nachdem der Pride Month ist, das wegzutun, und während des Pride Months überhaupt nur in den Ländern, wo das okay ist, in den Ländern, wo solche Leute verfolgt werden, und dann geben sie das einfach nicht in die Dings, dort, wo es sexually ankommen würde, darauf das zu machen. Das sind einfach fucking Heuchler. Aber, dass es einfach gegen Cis-Männer und Frauen geht, und dass es irgendwie um die Zerstörung der Familie geht, come on, einfach. Come on, einfach. Das ist naiv. Das ist fucking naiv. Das ist einfach dieses, das ist einfach dieses konservative, das ist dieses konservative, so, die wollen uns einfach unser, dieses Ding, was am Herd steht, wegnehmen da. Wie heißt das nochmal? Na, die eine, die mir immer sagt, die Frau, die Frau, die wollen uns unsere Frauen wegnehmen. Die wollen das für alle, wie, 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 was ist nochmal das? Das, Poposex halt, ne? Die wollen uns Poposexen. Das ist einfach so, die simpelste Analyse einfach, die du haben kannst von irgendwelchen Geschehnissen auf dieser Welt, in meinen Augen. Niemand, niemand will dir die Familie wegnehmen, ja? Wenn dir irgendwas die Familie jetzt zerbricht und wegnimmt, tatsächlich, dann ist es der Kapitalismus, durch seine Arbeitszeiten, durch seine Hyperindividualisierung und, 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 und. Verstehst du? Das ist einfach fucking, wie sie die Familie zersetzen. Da brauchst du kein LGBTQ, damit deine Familie, deine Familie ist schon längst zersetzt, Junge. Was brauchst du? Irgendwelche Leute, die ja genau gleichberechtigt sein wollen und sagen einfach, ich möchte auch eine Familie haben können, ich möchte auch heiraten können, ich möchte auch, da, 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 ja? Weil, das ist nicht ein Abschaffen deiner Familie, wenn einfach, zum Beispiel, das war ja bei der Homo-Ehe damals auch so, wo man dann plötzlich gesagt hat, so, ui, das ist die Abschaffung der klassischen Familie, nein, sie nennen das anders, der nuklearen Familie. Das ist die Abschaffung der klassischen Familie, ist es ein Scheiß. Homosexuelle Menschen heiraten schon seit eh und je, und jetzt gibt es keine normalen Familien mehr, laut den Konservativen. Die normale Familie existiert nicht mehr. Welche normale Familie? Was redest du? Chill. Weil, wer hindert dich einfach daran, dass du einfach losgehst und eine Frau heiratest als Mann oder einen Mann als Frau? Ist ja nicht so, als würde die LGBTQ-Ideologie zu dir kommen und dann einfach sagen, du darfst keine Frau mehr heiraten. Du musst jetzt auch LGBTQ sein. Frauen, das geht nicht, die kannst du nicht heiraten. Wer hat das jemals gesagt? Das ist einfach so lost. Das anzunehmen, dass das der Plan ist, ist einfach voll lost. Das ist so, das hat weder Hand noch Fuß. Das ist nichts. Verstehst du? Nichts. Wenn ich eine Cis-Frau suche, bin ich Nazi. Also über was reden wir überhaupt? Wenn du eine Cis-Frau suchst, bist du ein Nazi. Ich habe eine Cis-Frau, jetzt bin ich ein Nazi, oder was? Was redest du für einen Scheiß? Hör auf, einfach da das Opfer zu spielen, bitte. Tu mir den Gefallen einfach und hör auf, das Opfer zu spielen und schalt deinen Kopf ein bisschen ein. Und verstehe ein bisschen kompliziertere Zusammenhänge als das. Das kann es ja nicht sein. Wahnsinn. What the fuck? Es gibt halt eine Erweiterung von dem, was man unter Familie steht. Absolut, genau das. Richtig. Richtig. Es gibt eine Erweiterung von dem, was man unter Familie versteht und nicht eine Abschaffung dessen, was bis jetzt Familie... Vollkommen lost. Vollkommen lost, Alter. Komm mal. Superstraight. Wer hat es erfunden? Ein Troll. Was hat es damit zu tun? Es ist ein Abschaffen der normalen Familie, wenn ein Aldi zum Beispiel schon einen Shitstorm dafür kassiert, auf einem Plakat mit Karotten in Form einer normalen Familie Frau, Mann, zwei Kinder zu werben. Dafür haben sie einen Shitstorm kassiert. Und was hat sich geändert? Deswegen bist du jetzt homosexuell, oder was? Wovon redest du? Das Abschaffen der normalen Familie. Also kurz gesagt, der Mann, Frau, Familie. Das heißt, Aldi kriegt einen Shitstorm und du musst jetzt seine Frau verlassen und musst jetzt homosexuell werden, weil sonst nicht die Ideologie erfüllt, oder wie? Wie ist es sonst gezwungen? Weil das ist schwierig. Weißt du? Ich habe eine Frau, eine Cis-Frau. Und ich bin ein Cis-Mann. Und ich habe nicht das Gefühl, dass wir Repressalien erleben dadurch. Ich sehe nicht, dass wir irgendeine Repressalien erleben dadurch. Ach komm, Erwin, stell dich nicht um. Das bist du nicht. Du weißt, wie mit Propaganda funktioniert. Ja, aber das, was da geredet wird, ist lost. Sorry. Was hat das mit Propaganda zu tun? Das habe ich vorher gesagt bei den kapitalistischen Konzernen. Ja, da gibt es Propaganda. Also dieses Rainbow-Washing. Ja, kein Ding. Aber was hat das mit irgendeiner Familie? Wenn du das Gegenteil mit einbeziehst, ist es doch keine Erweiterung. Doch, was für ein Gegenteil? Es gibt ja gar kein Gegenteil. Gegenteil wäre, wenn es das andere auslöscht. Das tut es ja nicht. Bruder, wenn du einfach ein Mann bist und ich ein Mann bin und du heiratest deine Frau und ich heirate deinen Mann, schaffe ich dich ja nicht ab. Wie geht es dir? Warum schaffe ich dich ab? Normal ist Partnerschaft aus Liebe geschlossen. Warum heiratet Mann, Frau wie auch immer aus Liebe? Denk doch mal nach. Nein, aus wirtschaftlichen Vorteilen. Selbstverständlich. Wer heiratet wegen Liebe? Du als Individuum vielleicht nicht, aber die Gesellschaft als Ganzes trägt den Schaden. Was ist der Schaden? Erklär mir doch mal, was der Schaden ist, dass Homosexuelle heiraten dürfen. Was ist der Schaden für die Gesellschaft dadurch? Wenn all die Shitstorm kassiert für das Werben einer klassischen Familie, dann soll der Shitstorm dafür sorgen, dass sie und andere es nicht mehr tun. Das ist Propaganda und das weißt du. Nein, das soll dafür sorgen, dass sie auch andere Sujets haben, wo auch Homopare darauf sind und ähnliches. Das ist, worum es geht bei dem Shitstorm. Dass man sagt, warum zeigt ihr einfach nur Mann, Frau, Kind, wieso zeigt ihr nicht auch ein homosexuelles Pärchen? Warum zeigt ihr nicht Menschen mit einer anderen Hautfarbe? Warum zeigt ihr, darum geht es bei dem Shitstorm. Und nicht, dass so wie eure rechten Demagogen euch das die ganze Zeit erklären und ich sitze da und höre mir das an und denke mir, Alter, ihr könnt das doch nicht schlucken. Ihr könnt das doch, das ergibt doch keinen Sinn. Ihr könnt das doch nicht ernsthaft schlucken, dass sie euch jetzt erzählen, dass wenn es einen Shitstorm gibt, deswegen, weil Mann und Frau da und Kinder aufgezeichnet wurden und man sagt einfach, hey, wieso gibt es nicht eine schwarze Person, wieso gibt es nicht eine homosexuelle Partnerschaft, was auch immer, dass man dann erklärt, man will die klassische Familie verbieten und dass es Leute gibt, die darauf reinfallen, auf diese Propaganda, das ist fucking, das geht da nicht rein. Das ist fucking crazy. Das ist so offensichtlich lost. Weißt du? Wer hat was gegen homosexuell? Bevor die Pride Flag geschwunden wurde, hatte kaum einer Junge, die Pride Flag wäre nie geschwungen worden, wenn diese Menschen nicht umgebracht worden wären, verfolgt worden wären, keine Rechte gehabt hätten, nicht zusammengeschlagen worden wären, egal wo sie hingehen. Welche Pride Flag ist gekommen, weil sie die ganze Zeit angegriffen wurden? The fuck einfach. So Geschichtsumkehrung, einfach irgendwas. Man kann doch nicht auf jedem Plakat alles abbilden. Warum nicht? Warum nicht? Und wieso, wenn man schon nicht alles auf jedem Plakat abbilden kann? Na gut, dann film doch ein schwarzer und ein asiatischer Homo-Pärchen mit einem Kind, das weiß ist. Zum Beispiel. Misch doch. Was ist dann das Problem? Haben alle Angst, dass wenn plötzlich nur noch Homosexuelle auf Plakaten sieht, sie homosexuell sind? Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Dass dann die Familie zwischen Mann und Frau verboten wird, das ist einfach vollkommen lost. Ja, genau. Dieses klassische Familienbind repräsentiert viele, aber ein großer Teil wird dadurch nicht gezeigt. Absolut, ja. Vielleicht soll das Heiraten auch einfach einen möglichen Bruch der Beziehung verhindern. Allerdings sollte man sich durch diesen Ring irgendwie ein, kein Plan. Heiraten würde ich aus einem Grund, das ist die Wirtschaft. That's it. Es gibt keinen anderen Grund zu heiraten. Weil wenn ich mit einer Frau zusammen, oder Wirtschaft meine ich, nicht nur Geld, sondern ich meine damit auch so, wen kontaktierst du im Fall, dass die andere Person verunglückt, wenn ihr ein Kind habt, dass man das gleiche Sorgerecht hat, bla 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 bla, diese Dinge. Das meine ich mit Wirtschaft. Also Wirtschaft, denn ist nicht nur Geld, Wirtschaft, denn ist Haushalt führen. In Form von Ökonomia, aus dem Griechischen. Verbieten will man sie nicht, aber entnormalisieren, so funktioniert das in der Politik Schritt für Schritt, ganz langsam über Jahrzehnte. Ja, und wo ist das Problem? Wenn sozusagen sie entnormalisiert ist, das heißt, dass sie nicht die Norm ist, sondern eine Option, wo ist das Problem? Verstehe ich ja nicht. Warum muss eine Firma Werbung ändern, die einem nicht passt? Warum muss ich Produkte kaufen bei einer Firma, wenn sie nicht ihre Werbung ändert? Kannst du dir auch so überlegen. Die Leute haben halt Angst und die Identität plötzlich nicht so einfach determiniert ist und kommen darauf nicht klar. Ja, eh, glaube ich auch. Das klingt sinnvoll. Servus Waldes übrigens. Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass Leute Angst haben, dass diese Identität, die man da irgendwie sozusagen hat, Mann, Frau, Kind, fertig, das ist einfach ich und dann gibt es Kindergarten, Schule, ausbeuten lassen, sterben, Pension, sterben, aber wer kommt schon in die Pension? Und, ja, und das sind diese Konzepte in unserer Gesellschaft und die übernimmt man gerne, anstatt sich einfach zu öffnen und zu sagen, na gut, okay, warum nicht irgendwas dazwischen oder was ganz anderes. Ja. Ich komme aus Köln, die Hochburg der Schwulen, bevor Berlin kam, da hat keiner ein Problem mit keinem, wenn die Menschen heute Angst haben, hat das andere, welche Menschen haben Angst? Lasst Menschen leben, wie sie möchten, aber auch die LGBT-Community muss kritikfähig werden, vor allem, wenn sie für die Gesellschaft relevante Aspekte wie Geschlecht und Sprachideologisch schon zu deuten versucht. Ja, absolut. Sehe ich auch so. Ja, absolut. Alle Menschen sollten gleichberechtigt sein, alle sollten frei leben, aber wenn man die Sprache ändern möchte, wenn man einfach irgendwelche so Veränderungen in der Gesellschaft bestrebt, dann sollte das ein Grunddiskurs sein. Ja, wo wir uns fair begegnen und einfach rational miteinander sprechen, würde ich sagen. Ja. Und wenn du nur Homopare gezeigt werden, wie du gerade sagtest, werden wie viele nicht mehr abgebildet, ja, schau mal, ist mir doch scheißegal, die Scheiß, ich habe wirklich, ich habe wirklich keine fucking geringsten, ich habe kein geringstes Mitleid mit diesen Konzernen, dass sie drei Plakats zu schaes drücken, ja, weil sie können sich auch die Regenbogenflagge einfach in ihre Logos drucken, wenn es einfach dann darum geht, na, dann sollen sie auch drei Plakate machen, dann sollen sie die zusätzlichen einfach, keine Ahnung, 10.000 Euro investieren und einfach noch ein drittes Sujet machen, ja, und wenn sie das nicht machen wollen, dann sollen sie halt gar nicht werben. Ich finde, wozu überhaupt Werbung? Einfach irgendwelche künstlichen Bedürfnisse erzeugen bei irgendwelchen Wichsern, die das sowieso nicht wollen. Werbung gibt es ja eh nur für Dinge, die du nicht brauchst. Ist ja so. Und man kann halt nicht immer jeden überall inkludieren, man muss halt da auch aushalten können, daneben zu stehen, das gilt für jeden. Ja, klar, natürlich. Schau, ich finde es auch nicht gut, dass man einfach alles shitstormt. Ich finde es auch nicht gut, dass man alles shitstormt, nur weil da irgendwie eine Familie abgezeigt, also abgebildet wurde von einem Konzern, irgendwie von all die und dann kommt man hin und sagt einfach, ja, das ist ja nur Frau, Mann, Dings, wieso gibt es da keine, alle Minderheiten, die existieren. Muss jetzt auch nicht sein. Also meiner Meinung nach, ja, das wird eh nichts ändern. Aber okay, gut, ja, du kannst darauf bestehen. Aber der Punkt ist, gerade bei diesen Konzernen, die sich gerne eben die LGBTQ-Flagge gerne ins Logo nehmen, um so zu tun, als wären sie total pro LGBTQ, dann sollten sie selbstverständlich, wenn sie Allies sind, unbedingt noch diese Sujets auch machen. Und wenn sie sie nicht machen, dann sollen sie sich bitte klar positionieren und sagen, LGBTQ ist uns egal. Ist in Ordnung, kannst du machen. Aber bitte sei ehrlich und hör auf, Scheiße zu machen, weil einmal das LGBTQ-Logo, die Flagge ins Logo tun und dann das andere Mal, naja, ich will keine fünf Sujets machen und das kostet schon wieder. Verstehst du? Und genau wegen diesen Themen sage ich dir, den Rechten ist Identitätspolitik deutlich wichtiger als die Wirtschaftspolitik. Wirtschaftlich sind viele dieser Leute linker als viele Lillies. Ich weiß, dass sie wirtschaftlich viel linker sind. Jetzt müssen sie nur verstehen, dass erst wenn sie sich von der Identitätspolitik lösen und in dem Punkt einfach sagen, okay, erst dann können wir uns alle um die Wirtschaftspolitik kümmern. Das ist der Punkt. Ich weiß, dass diese Rechten sehr oft viel wirtschaftlich linker sind als die Lillies. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber weißt du, was der Punkt ist? Dann, damit wir uns alle miteinander zusammenschließen können, dann müssen sie in diesen Punkten des Konservatismus loslassen und einfach sagen, die wollen Identitätspolitik, lass sie ihnen Identitätspolitik, wir müssen uns um die Wirtschaft kümmern. Damit ist allen geholfen. Damit ist allen geholfen. Okay? Ah, das wollen Rechte nicht. Sie lieber reden sie tagelang, stundenlang in allen ihren Podcasts, in allen ihren YouTube-Videos, in allen ihren Streams, reden sie über nichts anderes als die Identitätspolitik, 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 Identitätspolitik. Nein. Das ist nicht, lass den Leuten ihr Leben und alles ist gut. Ja? Wenn die Leute einfach sagen, wir sind homosexuell und wollen auch heiraten, sage einfach, okay. Wir sind trans und wollen unser Geschlecht selber bestimmen. Okay. Wollen wir jetzt über die Wirtschaft reden? Na wie okay? Na okay. Ich habe gesagt, okay, machen wir das. Passt. Finde ich gut. Du möchtest einfach ein anderes Geschlecht? Okay. Kein Ding. Sicher. Klar. Du möchtest einfach jemanden anderen heiraten mit gleichen oder anderem Geschlecht oder was auch immer du vorhast. Du möchtest non-binär sein oder irgendwas? Ja. Okay. Können wir jetzt bitte über die Wirtschaft reden? Ich habe schon okay gesagt, mach das einfach. Ist mir doch egal, was du machst. Just do it. Aber den Rechten ist das eben nicht egal. Weil sie stehen da und sagen, na ja, wenn die jetzt anfangen, das zu machen, wer weiß, wer das sonst nächster macht. Ist scheißegal. Was machen wir mit der Wirtschaft, Leute? Was machen wir mit der Wirtschaft? Ja genau, wir reden doch jetzt nur wieder wegen den Rechten darüber. Ja, weil sie nicht einfach okay sagen können. Könnt ihr, verdammt nochmal, einfach sagen, okay, und dann können wir uns endlich der Wirtschaft zuwenden. Die AfD zum Beispiel steht wirtschaftlich schon weit rechts. Ich würde sagen, die AfD ist die am rechtesten, also wirtschaftlich die rechteste Partei, die es gibt. Ja. Die Akzeptanz hat auch seine Grenzen. Wieso? Siehst du? Und so gibt es keine Solidarität. Und so gibt es keine Arbeiterbewegung. Und jetzt weißt du, wer die Arbeiterbewegung zerstört. Die Rechten. Ganz einfache Rechnung. Das ist genau der Punkt. Verstehst du? Du kannst doch auch nicht okay sagen. Kann ich eh. Wieso kann ich nicht? Sag ich doch. Natürlich. Natürlich kann ich okay sagen. Ich kann nicht nur okay sagen, ich empfehle, aber ich auch sage okay. Verstehst du? Das Heiraten ist uns doch egal. Uns interessieren Dinge wie Transfrauen sind Frauen und können in deren Sport auf deren Toilette Kinder mit 14 umwandeln ohne das selten ein Veto einlegen können. Was heißt Kinder mit 14 umwandeln? Wer wandelt Kinder um? Du meinst, die Kinder machen eine Transition. Die wandeln unsere Kinder um. Gibt es eigentlich schon ein T-Shirt, die wandeln unsere Kinder um? Ich muss das machen. Ich muss dieses T-Shirt, das ist viel zu gut. Die wandeln unsere Kinder um. Die wandeln, eigentlich muss es heißen, die wandeln uns unsere Kinder um. Ihr wisst eh, ich mache ein T-Shirt-Shop auf. Ja, ja mein Gott, du weißt, wie ich das meine. Ja, ja, aber ich muss ja drüber lachen, wie du es formuliert hast. Es ist ja wurscht. Ohne, dass die Eltern ein Veto einlegen können, etc. Um diese Dinge geht es nicht mehr, mit wem heiratet oder ins Bett geht. Naja, aber das ist doch die Fortsetzung davon. Weil, was geht es dich an, welche Frauen in welchem Sport sind. Was hast du mit Sport zu tun? Was hast du fucking mit Sport zu tun? Was geht dich das an? Außerdem ist das im Sport eh geregelt. Man hat ja ganz klare Definitionslinien, wer wann wo wie mitmachen darf und durch den Diskurs wird daraus immer mehr. Toilette, was geht dich das an? Was geht dich Toilette an? Bitte. Bitte erklär mir, warum mischst du dich darin ein, auf welche Toilette jemand geht. Was geht dich das an? Und dass Kinder mit 14 Jahren sozusagen ihr Geschlecht wechseln können, ja, das sind Jugendliche, aber der Punkt ist, sollen sie doch, was geht dich das an? Willst du es ihnen verbieten oder was? Wer bist du? Wer bist du, dass du glaubst, dass du einfach zu anderen Menschen hingehst und einfach zu ihnen sagst, so was, du würdest gerne einfach den Gender ändern? Nein. Ich sage nein, du darfst das nicht, weil du bist was? Ein Gott, ein König oder was bist du? So, was sind das für Einstellungen? Verstehst du? Und jedes Mal macht sie ja so ein Theater aus so einem Scheiß, was andere Menschen angeht und euch überhaupt nicht. Ja. Kinder mit 10, 12, 14, was auch immer, können solche eine Entscheidung noch nicht treffen. Viele werden das bereuen und können es nie wieder rückgängig machen. Natürlich geht mich das als Vater etwas an. Bei deinen Kindern vielleicht, aber bei anderen Kindern sicher nicht. Wenn, dann geht es bei deinen Kindern. Du bist für deine Kinder verantwortlich und das mit 10, 12, 14 ist ein Bullshit, dass die selber darüber entscheiden können, ob sie eine Geschlechtsumwandlung kriegen, ist ein Scheißhaufen. Das stimmt nicht. Es gibt, ich glaube, ab wann kann man, ab 18, glaube ich, kann man das selber bestimmen oder ab 16, jetzt bin ich mir nicht sicher, wir haben das damals hier gelesen. Ab 18 oder 16 kannst du selber entscheiden, Punkt 1. Punkt 2, die Eltern entscheiden nicht mehr mit, solange das Kind noch minderjährig ist. Punkt 3, bei Kindern in diesem Alter müssen die Eltern das immer bewilligen. Es sei denn, dass das Jugendamt feststellen sollte, dass das Kind unsachgemäß behandelt wird. Ja. Erwin, stell dich nicht blöd. Ich stelle mich nicht blöd. Was stelle ich mich blöd? Eltern, geht es was an, was Kinder mit dir... Ja, deine Kinder, ja. Schau dir auch, was geht mich meinen Kindern an, ist das dein Ernst. Er hast dich aber gesagt, was gehen dich andere Kinder an, nicht dein Kind. Dass dich dein Kind angeht, ist in Ordnung. Ja. Wer bist du, dass du Minderjährigen verbietest, zu wählen und Alkohol zu trinken und Autos fahren? Moment mal. Minderjährig ist Minderjährig. Chill. Ja. Außerdem ist Minderjährigen eh nicht verboten, Alkohol zu trinken und Auto zu fahren, das dürfen sie beides ab 16 und wählen dürfen sie auch schon ab 16, was Lust ist. Ja. Vollkommen Lust. Ich würde das alles ab 21 machen, was für 16, Alter. Wie geht es dir? Alter, was für 16. Was für ein Ding. Außerdem, es wurde, wir haben das letztens hier gesehen. Den Menschen geht es einfach nur darum, über andere zu bestimmen. Ja, ich glaube auch. Das ist total, ja, absolut. Ja. Schau, es würde zum Beispiel dieses, Selbstbestimmungsgesetz wurde. Warte kurz, ich muss kurz nachlesen, was ja alles geschehen hat. Warte mal. Ja. Wenn ich als Mann auf die Frauentoilette gehe, gibt es Stress, wenn ich ihm passt, dass es Geschlechtänder geht, klar, wenn es sonst nichts ist, naja, gut, okay, dann ändert dein Geschlecht und gehe auf die Frauentoilette und was willst du dort machen, vergewaltigen oder was? Hast du vor zu vergewaltigen? Ist das, was du hier sagen willst? Hast du vor, Frauen zu belästigen? Muss ja nicht Vergewaltigung sein. Hast du vor, Frauen zu belästigen? Bist das du? Bist du der Typ, der Frauen belästigt? Machst du das? Ist das einfach etwas, wer du bist? Mit 16 wählt man die FDP, weil die Memes machen, ohne Scheiß, ich schwöre. Absolut, Mann. Das ist einfach los, wie 16 wählen. Ja, nichts gegen 16-Jährige. Die 16-Jährigen heute sind hunderttausendmal klüger als zu meiner Zeit, aber Alter, was ist los? Ich glaube, das liegt am Internet. Warum ist hier Stroh? Ja, gute Frage. Genau, vor allem, wenn man Frauen vergewaltigen will oder belästigen, kann man auch ohne Self-ID-Änderung in die Frauentoilette gehen. Ja, genau, Self-ID, danke, dass du das sagst. So heißt das in der Schweiz. Darüber wollte ich gerade reden. Ja, ich komme gleich dazu. Ich will nur kurz dazu. Ja. Dafür braucht man nichts ändern, es ist nur eine Tür dazwischen, ohne Scheiß. Das ist immer so, weißt du, das ist immer so, das ist einfach, diese Geschichte ist einfach jedes Mal so, ich will mein Geschlecht ändern. Wieso, damit du Frauen belastigen kannst. Was? Was? Ja, weißt du denn nicht, dass man ohne eine Gender-Änderung nicht Frauen belastigen kann? Das ist die Chance. Und jeder aber von diesen Konservativen versteht einfach, dass seine Frau anschreien vollkommen in Ordnung ist oder dass einfach so sehr viele Konservative oder Rechte sind der Meinung, dass man die Frau auch schon mal schlagen kann und so weiter. Das ist alles in Ordnung. Die waren ja gegen die Abschaffung, dass man die Frau in der Ehe schlagen darf, die Konservativen, ja, noch vor 30 Jahren. Und jetzt ist der Punkt, jetzt stehen sie da und tun einen auf Menschenfreude. Und dann laufen sie hier rum und sagen einfach so, hm, da Leute wollen einfach Geschlecht ändern. Ja, ich weiß nicht, aber was ist, wenn sie im Frauenkloß gehen und Frauen belastigen? Keine Angst, Frauen werden hauptsächlich nur von Rechten belästigt, ja, nicht von Leuten, die einfach irgendwie in irgendeiner Form ihr Geschlecht geändert haben. Wenn Frauen von irgendeiner Form belästigt werden, von irgendwelchen Machos, die meistens siegen, welche Leute sind, die auch rechts sind, ja. Es gibt auch Linke, natürlich, die das tun, aber das natürlich, ja, glaube ich, viel weniger einfach durch die Überlegung und die Ideologie bedingt. Aber ja. Erst mit der Änderung im Rathaus kommst du durch die magische Laserpagina von Frauen und Toiletten, ja, genau, voll, 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 ja. Und genau, Self-ID gibt es in, Erwin, das ist ja heute Comedy Gold, nur die rechten, belästigen Frauen kommen, die Gold ist, wenn ihr Wahrheit nicht akzeptieren könnt, gell, dann schreibt ja Comedy Gold, weil nichts anderes bleibt euch übrig, als einfach die ganze Zeit zu brüllen. Ihr müsst nicht brüllen, ihr könnt auch zuhören, seid nicht wie die Lillies, seid besser, okay. Ich muss doch kurz nachschauen, wo dieser Link ist. Ich habe diesen Link, muss ich mal kurz anschauen mit euch. Gebt mir eine Sekunde. Ich muss nur die Cookies ablehnen. Ich muss nur die Cookies ablehnen, bevor ich hier weitermachen kann. Hier, schau, nur für euch. Seit Anfang, seit Anfang Jahr, seit Anfang Jahr gab es schon hunderte geänderte Geschlechtseinträge. Über 350 Menschen haben seit Anfang Jahr offiziell ihren Geschlechtseintrag geändert. Ich glaube, das sind Schweizer. Anfang Jahr, die reden seltsam, das sind Schweizer. Reden Schweizer, Deutsch? Dass das Verfahren, in der Schweiz vereinfacht wurde, ist für Betroffene eine große Erleichterung. Das ist wie bei euch, die Geschichte. Und seit Anfang Jahr können Menschen, Schweizer, immer dieses seit Anfang Jahr, ich muss mir das merken, das ist viel zu lustig, können Menschen schweizweit einfacher je eingetragenen das Geschlecht ändern. Hunderte Namen diese Möglichkeit bereits wahr. Von den befürchteten Missbrauchsfällen weiß der oberste Zivilstandsbeamte Roland Peter-Hans nichts. Ja, da, bei Kindern waren die Fälle sonnenklar. Nicht allen Menschen könne man von außen ihre Geschlechtszugehörigkeit ansehen, doch aufgrund der Anmeldung wisse Peter-Hans welchem Geschlecht sich die Person zugehörig fühle. Ihm ist es wichtig, dass ich die Person bereits mit dem Geschlecht begrüsse, die sie sein will, sagt der NZZAS. Mit Kindern habe er bis jetzt erst drei Gespräche geführt. In diesen Fällen war die Sache sonnenklar. Da war auch das äußere Entsprechend dem neuen Geschlecht zu Peter-Hans. Unter 16 Jahren müssten sie in Begleitung vorbeikommen, während die 16- bis 18-Jährigen alleine kommen könnten. Aber auch Letztere seien alle in Begleitung gekommen. Jemand kam zu dritt mit Freunden und die haben das im Anschluss richtig gefeiert, beschreibt Peter-Hans gegenüber der NZZAS. Peter-Hans fordert auch ein drittes Geschlecht und so weiter. Ja, okay. So viel zu dieser Geschichte. Okay? So viel zu dieser Geschichte. Es gibt keinen Missbrauch, es gibt einfach nicht irgendeinen Bullshit, es ist einfach, bei Kindern waren die Fälle immer sonnenklar, es sind nicht plötzlich alle Kinder hingerannt und haben einfach gesagt, so, ich will jetzt Geschlecht ändern, weil das ist total in. Ja, so wie Konservative das die ganze Zeit darstellen, sondern es sind wirklich Kinder gekommen, die tatsächlich sich gedacht haben, ich bin anders als das, was man mir zugeschrieben hat. Okay? Das ist in der Schweiz. Ja. Ja. Ja, wie verwirrt jetzt Rechte mit Fakten? Ja, das tut mir leid. Das wollte ich nicht. Aber mit Logik sollte man irgendwie vorangehen. Fakten brauchst du nicht mal. Denk mal einfach kurz drüber nach, dann ist das eh logisch. Weißt du? In der Schweiz würde ich mein Geschlecht wechseln, damit ich früher in Rente gehen kann. Tja, aber so funktioniert das nicht, Freundchen. Ja, so funktioniert das nicht. Vor allem stand das hier, hier, da, bitte, da gibt es nur für dich, für deine ausgedachte Befürchtung. Schau mal, in den zehn größten Städten, allein in Zürich 80 Personen hier, in den zehn größten Städten hätten schon 350 Personen ihren Geschlechtseintrag angepasst. In Zürich seien es 80, sagt Peter Hans. Die von manchen befürchteten Missbräuche der neuen Regelung seien auf seinem Amt noch nicht vorgekommen. Und jetzt Zitat, zuhören, das bist du. Dass etwa Männer ihr Geschlecht ändern, um früher pensioniert zu werden oder nicht ins Militär zu müssen, ist bei uns jetzt nicht eingetroffen. Facts don't care about your feelings. Ah ja, stimmt wirklich, ja, Buck Angel, stimmt, wir müssen Buck Angel zeigen, das ist eine gute Idee. Stimmt, Buck Angel, absolut. Stimmt, stimmt, Buck Angel, Alter. Stimmt, vollkommen klar, Buck Angel. Warte, wie mache ich das? Open Image, in New Tab. So, für euch. Frauenklo oder Männerklo? Frauenklo, Männerklo? Wohin? Alle Leute. Eher Photoshop? Das ist ein trans Mann. Es ist ein trans Mann. Warum reden Rechte nie über Wirtschaft, weil sie Angst haben, ihre Privilegien zu verlieren? Photoshop war ein Joke, ja, ja, aber das ist, das ist, das ist ein trans Mann. Wurde als Frau geboren, egal welches Klo, ja, eigentlich schon, aber na eben nicht. Trans Mann heißt Mann, ja, genau, ist ein Mann, also Männerklo, klar. Das ist einfach, wenn du, wenn du diese Person anschauen würdest, würdest du dann einfach, würdest du dann einfach sagen, ja, würdest du bei diesem, wo ist das Problem? Nein, nein, weil sie, weil die Rechten immer so in die Richtung sagen, so, äh, 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 das hat Carly oben geschrieben, hat einfach gesagt, frag mal, auf welches Klo der gehen soll, ja. Das ist einfach genau das, ja. Dann sieht man ja, dass es seine absolute Minderheit betrifft, die Frage ist doch nicht, ob es jeder freiwillig wählen kann, sondern ob man allgemein flächendeckend Kinder und Erwachsenen damit konfrontieren muss oder nicht. solange es nicht Menschen gibt, die dagegen sind, muss man das nicht. Ist der Punkt. Ja, ist der Punkt. Davon rede ich. Ja. Ich sage nicht, dass es andere machen würde, nicht würdest du machen, ja, dann mach's. Okay. Aber da musst du halt durch eine, äh, 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 Evaluierung gehen. Kannst du machen, ja. Ja, ja, natürlich, ein drittes Klo wäre am einfachsten, aber da hat Kuchen TV schon rausgestellt, wer soll das bezahlen. Ja. Als Frau geboren am Frauenklo. Bullshit. Das ist einfach so lost. Warum? Würdest du diese Person in den, äh, Frauenknast schicken? Nein. Es ist ein trans Mann. Er kommt zu den Männern, logischerweise. In der Männerknast natürlich. Ist ja ein Mann. Ich verstehe nicht. Ich verstehe ja nicht. Ist das SIDO? Aha. Die Kapitalisten, die Klos bauen, einfach ein Gesetz dafür schaffen, wo ist das Problem? Absolut. Lobbyismus ist das Problem. Das konservative Lobbyismus. Aber sonst, ich weiß jetzt nicht. er könnte sich ja als Frau, er identifiziert ist ja, äh, äh, als Mann. Warum? Hä? Ich verstehe einfach nicht. Porsche sollte Klos bauen. Als Klos das Problem wäre, ja, als ob Klos das Problem wäre, ja, Mann. Es ist einfach alles, alles einfach nur irgendwelche Scheindebatten, Bruder. Alles irgendwelche, warum nicht einfach Unisex-Toiletten? Ja, keine Ahnung, ja, du, Bro, ja, würdest du die Männerknast, die Männerklos gehen lassen? Ja, genau. Alter, es ist einfach, es sind einfach solche, es sind solche irrelevanten, dummen Gespräche. Ich hoffe, ihr merkt das, wie dumm diese Gespräche sind. Die einfachste Lösung für all das ist einfach, akzeptiere andere Menschen als das, was sie sind und höre auf ihnen einfach, das Leben schwer zu machen. Es ist ganz einfach, ja, aus Angst, dass sie dir das Leben schwer machen. Das wird nicht passieren, das ist vollkommen lost, ja. Das Einzige, wo man dir das Leben schwer machen wird, ist, wenn du dich hinstellst und einfach sagst, ich mache ihnen das Leben schwer. Dann werden sie sich wehren und werden sagen, fuck it, ich mache dir das Leben schwer, was soll der Scheiß? Aber, just don't do it und alles ist gut. Ach, man, 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 akzeptiere Kapitalismus und fertig, nein, Kapitalismus ist keine gewählte gesellschaftliche Identität, sondern es ist ein Machtverhältnis. Ah, nein, du kannst nicht Machtverhältnisse einfach mit persönlichen Identitäten vermischen, ja. Schon suspekt, warum Rechte immer Kinder forschen? Ja, Alter, die reden nur über Kinder, das ist unglaublich. Alter, Rechte reden nur über Kinder. Reden permanent über irgendwelche Pädophilen, über irgendwelche Kindermissbräuche, über irgendeine, das ist wirklich cringe, Alter, jedes Mal, das ist so, ich denke mir einfach so, Alter, was wollt ihr von diesen Kindern, Alter, was ist los mit euch, ey? Das kann doch einfach, das kann doch einfach nicht wahr sein, ey. Ja. Ja. Wenn wir keine anderen Probleme hätten, aber die Politik braucht dieses Hass-Narrativ als Daseinsberechtigung, weil sie noch nichts können, ja, aber warum bedienst du es dann? Warum sagst du dann nicht, okay, ich werde diese Menschen nicht hassen, ich gebe ihnen ihre Freiheit, dann kann die Politik scheißen gehen damit, oder? Weil was ist dann die Politik? Dann haben wir uns eh alle geeinigt. Was ist denn das Problem? Meine Frauen bei Transfrauen im Frauensport, ja, keine Ahnung, also so vielleicht deine eigene Kategorie oder Kategorien nachbauen nach, also da gibt es mehrere Vorschläge, oder Kategorien bauen nach, Testosteronspiegel und, 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 also da gibt es Lösungen. Vor allem, was interessiert mich Sport, Alter? Dass diese Sportfritzen da oben regeln, ja. Die sollen das machen, ja. Rechte schickt uns auch ein Kinder bei Kategorien oder so. Ja. Rechte sagen, wir reden nur über unnötige Themen und verstehen nicht, dass niemand über diese Themen reden würde, wenn sie es einfach akzeptieren würden. Voll genau das, du hast es auf den Punkt gebracht. Wenn Rechte einfach sagen würden, okay, niemand würde jemals wieder darüber reden. Es wäre vollkommen egal. Verstehst du das? Du musst einfach nur fucking okay sagen und alles ist, wir können dann über die Wirtschaft reden. Verstehst du? Das machen die, um zu emotionalisieren. Mit Kindern holst du halt die Massen am besten ab. Ja, ja, ich glaube auch. Ja. Genau, wenn jeder Transmenschen akzeptieren würde, würde absolut niemand mehr über das Thema reden, dann würden wir alle ganz normal akzeptieren, miteinander leben. Voll. Und könnten uns darum kümmern, dass wir wirtschaftlich auch eine Gleichwertigkeit erfuhren als nächstes. Wäre genial. Ja, absolut. Jeder kann doch machen, was er will, aber viele Leute aus der Unterschicht werden nirgendwo akzeptiert, egal wie sehr sie es versuchen. Die Menschen verstehen nicht, wie schwer es ist in dieser Lage. Das ist jetzt Klassismus. Das gibt es auch. Ich meine, ich bin hier die Zentrale für Klassismus, glaube ich. Also ich rede hier die ganze Zeit über nichts anderes, als darüber, wie wir, die wir keine Kapitalisten sind, benachteiligt sind. Ich rede ja über nichts anderes. Aber dann halt nicht aufregen, wenn die Sportfritzen es eher orsch regeln. Nein, aber sie machen das schon ordentlich. Die wissen schon, was sie tun. So. Ich glaube, viele sind mittlerweile bereit, so einiges zu akzeptieren, aber wenn wir zum Beispiel sehen, in den USA sagt ein gewaltungssexual Straftäter, ich bin eine Transperson, will in den Frauenknast und genau dort vergewaltete, mitteilte Frauen. Ja, aber dann hast du ein Gesetz, das das nicht erlaubt. Dann hast du ein Gesetz, das einfach sagt, sowas geht nicht. Wie wäre es? Dann machst du halt ein drittes Gefängnis für solche Menschen oder irgendwas anderes. Ihr labert doch die Kinder mit eurer Propaganda voll. Niemand hasst diese Menschen. Ihr triggert doch bis ins Unentmessliche. Ihr müsst sogar ins Kinderprogramm der Maus vorstoßen. Ja, genau. Wirklich ein Beitrag über eine Transperson, wo es gar nicht einmal um die Transperson oder Transperson sein ging oder um die Transition, sondern einfach nur zum zweiten Mal jemand getroffen wurde. Hey, come on, geh weg einfach. Wir haben jetzt 40 Minuten. Ja, genau. Warum gibst du nicht einfach auf und wir würden nie was von Kapitalismus noch einmal, weil es um ein Machtverhältnis geht und nicht Identifikation einzelner Menschen? Verstehst du das nicht? Verstehst du nicht den Unterschied? Jemand hat Macht über jemanden anderen und jemand sagt, ich will nur einfach ich sein. Verstehst du den Unterschied? Weil der eine bestimmt über andere, der bestimmt über sich selbst. Siehst du ja genau das? Das Erwin hier versucht, Rechte als Schwulenhasser zu markieren? Nein, aber ihr kämpft gegen die Rechte von diesen Menschen. Das ist eindeutig. Wozu redet sie sonst so? Sollte man Unterschicht hier überhaupt verwenden? Ich mag das nicht. Ich mag das auch nicht. Unterschicht sollte man nicht verwenden, weil diese Aufteilung in Schichten, ja, gibt es jetzt zwar keine rechten Schwulen, doch natürlich gibt es Rechte, gibt es Schwulen, die rechts sind? Natürlich, selbstverständlich. Oh ja, auf jeden Fall, 100 Prozent. Aber die sind hauptsächlich kapitalistisch rechts und nicht sozial rechts, weil sonst müssen sie sich selbst abschaffen, das machen sie nicht. Aber kapitalistisch gibt es sehr viele, die sehr rechts sind. Zum Beispiel Weidel, ja, Weidel ist ein gutes Beispiel. Weidel ist ja zum Beispiel so eine Person, die natürlich für Homo E ist, die lebt ja in einer, also ich weiß nicht, ob sie verheiratet ist, aber sie lebt in so einer Partnerschaft, aber wirtschaftlich ist sie mega rechts. Also so rechter kannst du schwer sein, das ist schwierig. Die wenigsten ersten Trans-Personen, die rechten, argumentieren doch sogar mit den Suizidstatistiken und schlagen vor, das sind also Lösungen als die Transitionen vor. Ja, aber welchen Sinn macht das, wenn wir gesehen haben, dass die Suizidstatistiken zeigen, dass das viel geringer wird, wenn eine Transition eintritt? Das ist ja das Gegenteil von der Logik. Man müsste halt rechts definieren. Machtstrukturen erhaltend und vergrößern von Machthierarchien. Ganz einfach. Und die LGBTQ-Lobby übt keine Macht aus, indem sie unsere Gesetze ändern. Ja, aber für ihre Freiheit, nicht um dich zu unterdrücken, Freund. Sie wollen nur sich befreien, nicht dich unterdrücken. Kapitalisten wollen unterdrücken dich. Die wollen dich nicht befreien. Das musst du verstehen, oder? Hoffe ich. Genau, Transition ist die einzige anerkannte Lösung für Gender Dysphoria laut allen, reputablen Gesundheitsorganisationen in der Welt. Ja, da gibt es genug Studien dazu. Da gibt es genug Studien dazu. Vielleicht bekommt ihr in Österreich bald einen homosexuellen Rechten als Bundespräsidenten. Ja, aha, ja. Frankreich hat doch schon einen, oder? Achso, nein, Moment mal. Macron ist ja nicht homosexuell. Nein, Macron hat ja eine alte Frau. Seine Frau ist ja viel älter als er. Er hatte ja eine Frau. Stimmt. Nein, der ist ja nicht homosexuell. Warte mal, ist der überhaupt Präsident? Nein, der ist Präsident. Bei uns gibt es ja nur diese Kanzlergeschichten. Der ist ein Präsident. Weil bei uns hat ja der Präsident nicht wirklich was zu tragen, sondern der Kanzler, ja. Es gibt die Problematik jeder Gruppierung, die Tendenz, ihnen zu haben, Sonderrechte für sich zu beanspruchen, siehe einige LGBTQ-Aktivisten. Jede Gruppe übertreibt. Würde man okay zu allem sagen, lässt man Betroffene völlig Regierung? Gefühle ersetzen keineswegs Fakten. Betroffene müssen mehr gehört werden, definitiv aber nicht das letzte Wort haben. Ja, du, der Punkt ist einfach, jeder übertreibt, da hast du vollkommen recht. Aber ich glaube, sie würden weniger übertreiben, wenn man mehr okay sagen würde, weißt du? Und außerdem muss man ja nicht die Übertreibungen zulassen. Man kann sich ja irgendwo einigen, einfach so, oder? Gendern wird schon von 80% der Deutschen zu 100% abgelehnt. Woher hast du diese Statistik? Letztes Mal waren es noch 60. Habe ich was verpasst? Stimmt, die wollen mein Geld aus meiner Geldwürse befreien, das ist richtig, ja. Aber dann ist jedes bevormundende System rechts. Im Grunde kann man dann auch wieder sagen, du bist nicht links, sondern libertärer. Ja, aber das ist links. Ich bin nicht libertär, ich bin links. Jedes bevormundende System ist rechts, ja, Demokratie. Demokratie. Wäre nicht libertär, aber links. Echte Demokratie, also grundsätzlich. Servus, lecker Apfel, ja. Ich war krank, fünf Tage lang. Es gibt unendlich Studien dazu, dass es nichts bringt, simple Therapie durchzuführen bei Transpersonen, dass die Suizidraten, die auch nach Transition hoch sind, sind zu einem Großteil dadurch ausgelöst, dass die Akzeptanz fehlt. Ja, man muss die Menschen akzeptieren, verdammt nochmal. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich persönlich glaube, die Angst auf viele Rechte um Kinder ist schon echt, finde ich es schwierig, Leuten einfach zu unterstellen, sie interessieren sich nicht wirklich nur. Ich glaube, die Lösungen sehen halt so verschieden aus, weil eben die einen an Hierarchien glauben und die anderen nicht. Schau mal, ich sage dir was. Ich glaube auch, dass bei den Rechten die Angst um die Kinder total real ist. Ja, das glaube ich definitiv. Keine Frage. Ich würde Ihnen niemals unterstellen, dass das gefähigt ist. Aber was wir verstehen müssen, ist, dass Rechte-Demagogen die Rechten über die Kinder fangen. Und das heißt, sie reden ihnen an, hey, they are coming for your children. Ja, gibt es in Amerika. Also sozusagen, was die Rechten-Demagogen machen, ist, dass sie hingehen und sagen, die wollen eure Kinder schwul machen. Ja, und dann bist du plötzlich gegen Schwule. Das ist, was sie machen. Das ist das Problem. Ja, und ich weiß, dass es Rechten um die Kinder geht, deswegen sind sie ja auch für diese rechte Propaganda empfänglich. Oder ich würde diese Menschen nicht mal rechts nennen. Ich würde sie nur empfänglich für rechte Propaganda nennen. Die sind empfänglich dafür eben, weil diese sie über die Kinder fängt, nämlich über das, was ihnen am wichtigsten ist. Ist logisch. Wenn du jemanden propagandistisch erwischen willst, musst du an das appellieren, was ihnen am allerwichtigsten ist. Von allem. Ja. Okay. Warum dürfen sie sich linksliberale links nennen? Nennen wir sie einfach liberale. Streichen wir das. Streichen wir. Bei den Lilis ist einfach das links weg, weil die sind einfach liberale. Nennen wir sie einfach fucking liberale. Ja, das reicht. Aus. Vollkommen. Links braucht nicht. Hoffe wieder alles in Butter hat. Ich vermisse. Hey, ja, es ist alles, es geht mir besser. Ja, es ist, die Akzeptanz ist ja nicht so, als wenn wir überall Paraden feiern würden. Wer, wer, was redest du? Stellst du dich jetzt als Minderheit an? Komm, komm mal. Aber die Rechten sind nicht gegen Schwule. Die Rechten waren bis vor kurzer Zeit noch alle gegen Schwule. Als die Schwulen dann akzeptiert wurden, haben sie gesagt, na gut, jetzt sind sie gegen Transpersonen. Wenn Transpersonen akzeptiert sind, werden sie sagen, na gut, dann werden sie sich mehr in anderen suchen. Das ist immer das fucking Gleiche. Sie brauchen jedes Mal einfach ein Opfer. Sie brauchen jedes Mal eine Minderheit, die sie einfach als Rechtfertigung dafür benutzen können, dass sie einfach harte Hierarchien wollen. Ja. Sie nützen diese Ängste aus. Genau, das meine ich. Ja. Das meine ich, das meine ich. Ja, ja. Dann müsste man nur beweisen, dass rechte Propaganda schlecht wird, dass Kindeswohl ist. Ganz einfach. Deine Kinder werden einfach, ich will nicht sagen Sklaven, aber Lohnabhängige der Bosse sein, die dir diese Propaganda verkauft haben. Ja. Deine Kinder werden definitiv, weil du machst dir Sorgen, ist mein Kind homosexuell oder heterosexuell? Ist mein Kind LGBTQ oder nicht? Da ist mein Kind trans oder nicht? Aber in Wirklichkeit wird ein Kind eine Batterie, Freund. Dein Kind wird eine Batterie des Kapitalismus. Ja. Das ist das, was passieren wird. Und darauf schaust du nicht. Das ist dir vollkommen egal. Weil nahezu 100% der Kinder werden Lohnsklaven. Nahezu 100% der Kinder werden Lohnsklaven. Darüber redet niemand. Dass irgendwie, keine Ahnung, 0,002% aller Kinder eine Transitionierung machen. Oh, das könnte mein Kind sein. Aber dass ein Kind einfach eine Batterie ist, irgendwann ist dir scheißegal. Okay.